Nice! Dankeschön CryptoGott! Willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt ja neue Inhalte für die Vorratslieferungen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Ich verlinke euch das nochmal in der Videobeschreibung. Und ich habe mir ein paar Cryptos gekauft, beziehungsweise COD-Punkte. Wir schauen einfach mal, ob wir Glück haben, ob wir irgendeine neue Waffe ziehen. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal hier mit der ersten Vorratslieferung. Wir hauen auf jeden Fall alles raus, was wir haben. Und schauen, ob da mit ein bisschen Glück irgendwas dabei ist und es sieht nicht danach aus. So, das kann ja was werden. Ich sehe schon kommen, dass ich jetzt einfach alles raushau hier. Das ist irgendwas Episches. Und es ist nichts Neues. Eine Großkaliber-Variante. Wollte ich schon immer mal haben. Nicht? Ein paar Visitenkarten. Karmus, die es schon gibt. Ach. Ich finde, die neuen Waffen sind zu selten. Ich muss es wirklich mal sagen. Für den Preis, den man da raushaut. Ah, bin mir nicht sicher. Kupferstich sieht ziemlich nice aus. Allerdings habe ich die Karmus auch schon eigentlich auf vielen Waffen. Hm, auch nichts dabei. Ich würde mich ja freuen über diese ganzen Karmus. Sturm ist eigentlich auch ziemlich nice. Sieht, glaube ich, auch echt gut aus auf der ICR. Allerdings, ich will das neue Zeug. Ich glaube, das hier ist sogar neu. Für Firebreak. Kickern. Das sieht sogar ein Schick aus. Ist allerdings natürlich keine HG40. Das muss man auch dazu sagen. Ah. Prestige leider nur für die Pharoah. Da war auch nichts dabei. Und krass, jetzt sind wir schon bei den Letzten. Okay, dann hauen wir noch die ganzen Cryptos auf den Kopf, die ich habe. Vielleicht ist da ja was dabei. Alles klar. Da ist ganz, ganz viel Gelb. Das ist die neue Sniper. Wir haben die neue Sniper. Wir haben die neue Sniper. Nice. Dankeschön, Crypto-Gott. Die Cryptos haben es geregelt. Fett. Okay. Die werden wir auf jeden Fall dann gleich mal testen. Yes. Okay. Jetzt noch die HG40 und ich bin komplett glücklich. Schade. Aber nice. Ich bin zwar kein Sniper, aber eine neue Waffe ist immer gut. Und wir haben auf jeden Fall noch einige Cryptos. Ich habe zum Glück ein bisschen gespart. Das heißt, ein paar Kisten können wir noch aufmachen. Ah. Verstoß. Auf der Shiva. Keine neue Waffe. Keine neue Waffe leider. Jetzt würde ich mir wünschen, dass man Waffen tauschen kann. Dann könnte ich mit irgendwem das Scharfschützgewehr eintauschen gegen die HG40. Also kann man dann irgendwem tauschen, der gerne snipet. Das wäre jetzt natürlich optimal. Da ist ganz viel Gelb, aber... Leider keine neue Waffe. Edelstein. Ich kriege gerade schon echt ganz gute Tarnungen. Allerdings... ...halt nichts von den neuen Waffen. Das ist dann immer irgendwie ein bisschen deprimierend. Pontosaurus, alles klar. Okay. Ich glaube, jetzt hat mich das Glück verlassen. Ich kriege die Pharus auch hinterhergeworfen in der letzten Zeit. Keine Ahnung, was da los ist. Kupferstich. Ich habe das Gefühl, jetzt bekomme ich in dem Opening die ganzen Sachen aus dem letzten Opening. Aber nicht die Sachen, die ich jetzt haben will, die neu dazugekommen sind. Also nicht die Sachen, die ich gezogen habe im letzten Opening, sondern die Sachen, die ich gerne haben wollte im letzten Opening. Prestige nochmal. Das sind ja eben diese neuen Tarnungen, die dazugekommen sind, das letzte Mal. Alter, wie viel Kupferstich habe ich jetzt gerade bekommen? Was zum Teufel? Sturm. Ist zwar schick, allerdings auf der P06. Okay, ein paar haben wir noch. Ich glaube, viele waren es jetzt aber nicht mehr. Okay. Zwei Kisten können wir auf jeden Fall noch aufmachen. Dann schauen wir, ob wir was Doppeltes gezogen haben. Machen die auch noch auf. Und dann, äh, war es das leider. Okay. So, jetzt komm. Da ist ganz viel Gelb. Alles klar. Wie viel kriegen wir dazu? Okay, jetzt müssen wir einen tauschen. Okay, 17, äh, Cryptos bekommen wir noch. Wie viel hatten wir jetzt noch? Ich glaube, eine kann ich jetzt aufmachen. Eine Kiste müsste noch funktionieren. Kann man es irgendwie abbrechen? Okay, ich schneide das einfach. Wir haben überraschend viel rausbekommen. 160. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey, was ist mit Kupferstich heute los? Das ist ja Wahnsinn. Okay. Drei Stück, denke ich, können wir noch aufmachen mit dem Zeug. Nochmal Kupferstich. Mit den Punkten, die wir auch wieder zurückbekommen mit den Cryptos. Was für ein, äh, Kupferstich-Wahnsinn gerade. Versteht mich nicht falsch. Kupferstich ist ziemlich nice, aber ich will jetzt nicht Kupferstich. Ich will die neuen. Okay. Doppelte eintauschen. Ui. Ist mich komplett raus aus Versehen. So gut wie erledigt. Auch das cutten wir wieder. Hätte man nicht cutten müssen. Alles klar. So. Alles klar. Die Schlüssel sind entschlüsselt. Ach, dammit. Wie viel kriegen wir zurück? Okay. Wenn wir jetzt nochmal doppelt eintauschen, dann können wir auf jeden Fall nochmal eine aufmachen. Das Ganze eintauschen immer. Okay. Das, glaube ich, wird jetzt die letzte. Da ist ganz viel gelb und, ach, Sturm. Und, äh, drei Stück nur. Warte mal. Doppelte. Vier Stück. Gut. Das bringt uns jetzt nichts mehr. Ach nee, ich kann gar nichts eintauschen. Ja gut. Wir haben das neue Scharfschützengewehr bekommen. Das ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Das heißt, wir haben ein bisschen was bekommen. Ähm. Ich gehe jetzt hier einfach mal in ein privates Spiel. Und dann testen wir die ganz kurz hier. Und schauen wir mal, wie das Ding ist. Wie es sich gehört, als schlechter Sniper spiele ich natürlich gegen ein paar Rekrut-Bots. Da will ich auch damit nichts hin. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so schlecht beim Snipen. Deswegen hätte ich mir ja die HG40 gewünscht. Das wäre dann wenigstens was, mit dem ich was anfangen kann. Ich weiß jetzt schon, dass ich die Waffe nie im Public spielen werde. Gut. Vielleicht mal kurz testen. Aber ich werde sie nicht viel spielen. Sagen wir es einfach mal so. Okay. Ich glaube, mein Anwieschen ist auch einfach zu... Äh. Meine Sensitivität ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu low eingestellt. Aber die Waffe an sich macht einen ganz netten Eindruck. Magazin-Erweiterung sieht auch ziemlich schick aus. Das ist wirklich so eine Rad-Magazin-Erweiterung. Sagt man da? Munitions-Rad? Nee. Das ist bestimmt nicht der Fachbegriff. Alle Waffenspezialisten, äh, werfen jetzt die Hände vor dem Kopf, über dem Kopf zusammen. Alter, bleibst du mal hier? Und alle Sniper-Pros ganz genauso. Oh, Hint-Marker, was? Nein. Und ich halt... Er drückt mir einen No-Score-Headshot. Alles klar. Ich glaube, ich cap nicht mal... Ah, warte mal, da haben wir noch einen. Ich einfach Hint-Marker mache oder nicht treffe. Wir capen uns jetzt hier oben mal hin. Alter. Ah, geht doch. Ich hoffe einfach, die kommen nicht von hinten. Wenn sie weiter von vorne kommen... Nice, dann können wir ein paar Kills machen. Schön ein bisschen campen. Ich bin echt Hint-Marker, mach die ganze Zeit mit dem Ding. Scheint also nicht besser, als die SVG zu sein. Das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, Waffen, die nicht jeder bekommen kann, beziehungsweise Waffen, bei denen man wirklich Glück braucht, dass man sie bekommt. Die sollten auf jeden Fall nicht zu stark sein. Scheint auf jeden Fall funktioniert zu haben. Headshot, sehr schön. Ich hab dich gesehen. Alter. Die machen mich sogar beim Campen platt, wie es aussieht. Nein, keine Munition mehr. Naja, ich glaube, es hat einen ganz guten Eindruck über die Waffe verschafft. Scheint nicht zu stark zu sein, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Das müssen dann die ganzen Sniper-Profis unter euch vielleicht genauer sagen. Und ja, das war's mit dem kurzen Video. Leider keine HG-40, allerdings auf jeden Fall eine der neuen Waffen. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.